Im heutigen Sachsen-Anhalt haben kluge Köpfe weltverändernde Ideen entwickelt. Sechs Ideen hat die UNESCO als Erbe der Menschheit anerkannt. Sachsen-Anhalt besitzt eine einmalige Dichte von Welterbestätten, darunter die Lutherstadt Wittenberg. Das im Stil der Renaissance erbaute Melanchthonhaus ist ein architektonisches Kleinod und gilt als eines der schönsten Bürgerhäuser der Lutherstadt Wittenberg. Das Wohnhaus wurde 1536 von Kurfürst Johann Friedrich für den Humanisten und Reformator Philipp Melanchthon und seine Familie errichtet. Seit 1996 steht das Melanchthonhaus auf der Liste der UNESCO-Welterbestätten. Auf dem Nachbargrundstück wurde Anfang 2013 nach zweijähriger Bauzeit ein moderner Neubau eröffnet. Auf 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche informiert darin eine neue Dauerausstellung unter dem Titel Philipp Melanchthon – Leben, Werk, Wirkung über die Lebensverhältnisse und den Alltag Melanchthons und seiner Familie. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020